Wir sahen uns an und wussten beide, dass ich recht hatte. Und selbst wenn, selbst wenn jemand festgenommen, angeklagt und verurteilt würde, was brächte das? Ändern würde es gar nichts. Es steckten noch immer Teile von einem iPhone in meinem Hirn. Ben wäre noch immer zusammengeschlagen worden. Und Lucy? Nichts würde helfen, dass es Lucy besser ging. Ich legte mich auf mein Bett und versuchte, mit der wachsenden Einsicht klarzukommen, dass ich wusste, was in meinem Kopf geschah. Und dass es, auch wenn es eigentlich unmöglich sein müsste, überhaupt nicht unmöglich war. Die Bruchstücke des iPhones, die sich in meinem Kopf eingenistet hatten, irgendwie mussten sie mit Teilen meines Gehirns verschmolzen sein. Mit Teilen von mir. Und irgendwie mussten bei der Verschmelzung die Fähigkeiten des iPhones mutiert sein. Sie mussten sich sprunghaft weiterentwickelt haben. Denn ich konnte nicht nur alles tun, was ein iPhone kann, sondern noch jede Menge mehr. Ich konnte Telefongespräche mithören. Ich konnte E-Mails und SMS lesen. Ich kam in sämtliche Datenbanken rein. Ich hatte Zugang zu allem. Einfach so aus dem Innern meines Kopfes. Ich war verknüpft. Ich wusste nicht, wie es geschah. Ich hatte keine Kontrolle darüber. Es geschah einfach. Auch andere Dinge geschahen. Als ich da lag und versuchte, die unmögliche Wahrheit zu verdauen, spürte ich ein heißes Glühen in meinem Kopf. Ein warmes Kribbeln rings um die Narbe herum. Es fühlte sich merkwürdig an, irgendwie flimmernd. Und es gefiel mir nicht. Ich stand auf und ging zum Spiegel an meiner Wand. Die Haut um die Wunde herum flimmerte, vibrierte fast, als ob sie lebendig wäre. Sie strahlte, glühte in tausend Farben, Formen, Wörtern, Symbolen, die sich alle ständig veränderten, ineinanderflossen, schwebten, sich treiben ließen, nach unten sankten, wieder aufstiegen und pulsierten wie Schwärme winziger, vielfarbiger Fische. Ich hob die Hand und führte sie an die flimmernde Wunde. Dann stockte ich und erinnerte mich an das letzte Mal, als ich sie berührt hatte. An den Stromschlag. Ich holte Tiefluft, stieß sie langsam wieder aus. Dann beendete ich irgendwas, ohne zu wissen, wie ich das tat. Das Flimmern verging. Alles okay, hörte ich mich murmeln. Jetzt ist es in Ordnung. Vertrau dir. Vorsichtig bewegte ich meinen Finger auf die Wunde zu, zögerte einen Moment und berührte sie dann. Nichts geschah. Kein Stromstoß. Nur ein feines Kribbeln. Ich fuhr mit dem Finger behutsam an der Wunde entlang, spürte die erhabene Haut, das nachgewachsene Fleisch. Und unter all dem, vielleicht auch darin, spürte ich ein Gefühl von Kraft. Es war keine physische Wahrnehmung, mehr so ein Gefühl für das Potenzial. Wie wenn man die Oberfläche von einem Laptop oder einem iPhone berührt. Verstehst du, was ich meine? Du spürst nicht wirklich etwas, aber irgendwas sagt dir, dass da eine Kraft unter deiner Fingerkuppel liegt. Eine Kraft, wunderbare Dinge zu tun. Genauso fühlte sich mein Kopf an. Ich nahm meinen Finger weg. Ich sah mich an. Ich schüttelte den Kopf. Unmöglich. Für einen Moment schloss ich die Augen, öffnete sie wieder und klick, machte ich ein Foto von mir selbst im Spiegel. Ich betrachtete es. Mailte es an mich selbst. Geokodierte es. Speicherte es. Und löschte es dann. Unmöglich. Auf Wiedersehen, Normalität. Es war schön, dich zu kennen. Es war so gegen halb acht Uhr abends, als ich an Grams Tür klopfte, um mit ihr zu reden. Sie lächelte mich an. Was hast du auf dem Herzen? Naja, ich hab gedacht, ich geh vielleicht mal zu Lucy hoch, verstehst du? Bloß so, um Hallo zu sagen. Zu sehen, wie es ihr geht. Glaubst du, das ist okay? Ich, ich weiß nicht. Wahrscheinlich, wenn Michelle es für richtig hält und Lucy sich das zutraut. Ich meine, sie wird noch nicht mal die Wohnung verlassen haben, seit es passiert ist. Gram sah mich an. Kann sein, dass sie niemanden sehen will, erst recht keinen Jungen. Wenn sie Nein sagt, kann ich ja wieder gehen. Ich werde sie bestimmt nicht drängen. Na gut. Aber pass auf dich auf, Tommy. Als ich in den Fahrstuhl stieg, standen zwei Typen drin. Der eine war ein noch ziemlich junger Schwarzer aus dem Baldwin-Haus, dessen Namen ich nicht kannte. Der andere hieß Davy Carr. Davy wohnte im 27. Stock und auf der Grundschule war er mein bester Freund gewesen. Damals waren wir ständig zusammen. In der Schule, auf dem Spielplatz und auf den unbebauten Grundstücken. Davy war echt in Ordnung gewesen. Aber vor ein paar Jahren hatte er dann angefangen, mit ein paar von den Crows rumzuhängen, meist älteren Jungs. Er hatte versucht, mich zu überreden, dass ich mitkam, aber ich sah nicht ein, was das bringen sollte. Und so trennten sich eben unsere Wege. Hey, Tom, sagte er, als ich einstieg. Alles okay? Ja. Und bei dir? Er nickte, guckte aber ein bisschen ängstlich dabei. Ich nickte dem anderen Jungen zu. Der schaute weg. Die Türen des Fahrstuhls gingen zu. Davy grinste mich an. Was treibst du, Tom? Weißt du was Aufregendes vor? Ich besuche Lucy. Sein Grinsen verschwand. Ach so? Ja. Hast du eine Ahnung, wer das war? Wer was war? Sie ist vergewaltigt worden, Davy. Und Ben haben sie zusammengeschlagen. Ich hab bloß gedacht, vielleicht weißt du was drüber. Nein, hab keine Ahnung. Ehrlich, ich war nicht mal... Hey, sagte der schwarze Junge zu ihm. Du musst ihm gar nichts erzählen. Sag ihm, er soll sich verpissen. Ich sah den schwarzen Jungen an. Der Fahrstuhl stoppte. 27. Stock. Der schwarze Junge grinste mich an. Was ist? Wieso glotzt du so? Die Türen gingen auf. Ich klingte mich in sein Handy ein, das er hinten in der Tasche hatte. Und im nächsten Moment hatte ich alles runtergeladen und gescannt, was drauf war. Namen, Telefonnummern, SMS, Fotos, Videos, alles. Du bist Jaden Carroll, stimmt's? sagte ich, als er mit Davy den Fahrstuhl verließ. Herr und? Hast du die SMS beantwortet, die du gestern Abend von Leona gekriegt hast? fragte ich lässig und drückte den Knopf, um die Tür zu schließen. Du weißt schon. Die, in der sie fragt, ob du sie liebst? Ich lächelte ihn an. Lass sie besser nicht zu lange auf eine Antwort warten. Verdammte Scheiße! Was? fing er an. Aber die Fahrstuhltür schloss sich und ich fuhr weiter nach oben, in den 30. Stock. Ich wusste, es war bescheuert, sowas zu tun, ihn zu provozieren. Ich wusste, es war sinnlos und irgendwie armselig. Aber das war mir egal. Es gab mir ein gutes Gefühl. Und das war das einzig Wichtige in diesem Moment. Lucys Wohnung lag ganz am Ende des Flurs. Das Wort Nutte war in leuchtend roter Farbe auf die Wohnungstür gesprayt. Ich stand eine Weile davor und starrte bloß dieses hässliche Geschmier an. Und für einen Augenblick wurde ich wütender als je zuvor. Ich wollte jemanden verprügeln, jemandem richtig wehtun. Ich wollte herausfinden, wer das gewesen war, ihn vom Hochhaus werfen. Mein Kopf tat weh. Die Wunde pochte. Ich schloss die Augen, atmete langsam, beruhigte mich. Scheiße! murmelte ich vor mich hin. Dieser Aschlöcher! Ich wartete, bis mein Kopf aufhörte zu pochen. Dann holte ich noch einmal Luft, um mich zu beruhigen, hob die Hand und klingelte. Lucys Mom hatte früher eine Menge Probleme mit Alkohol und Drogen gehabt. Bis auf kleine Ausrutscher ab und zu lag das inzwischen hinter ihr. Doch als sie die Tür öffnete und mich ansah, war ich mir sicher, dass alles wieder von vorn angefangen hatte. Sie sah schlimm aus. Ihre Haut wirkte stumpf und gräulich. Ihre blutunterlaufenden Augen blickten nur vage in meine Richtung. Und es schien, als ob sie sich mindestens eine Woche lang nicht gewaschen und gekämmt hatte. Hallo, Mrs. Walker. Ich bin's. Tom. Lucys Freund. Sie rieb sich die Augen. Ach, wie geht's dir, Tom? Plötzlich entdeckte sie die Wunde an meinem Schädel. Oh Gott. Natürlich. Dein Kopf. Du warst ja im Krankenhaus. Tut mir leid, ich hatte dich ganz vergessen. Schon gut, kein Problem. Wolltest du zu Lucy? Also nur wenn... Ja, komm rein, komm rein. Ich schau mal, ob sie wach ist. Sie hat geschlafen. Sie ist jetzt meistens sehr müde. Als ich Mrs. Walker in die Wohnung folgte, fühlte ich mich ziemlich unwohl. Vielleicht hätte ich besser draußen warten sollen. Vielleicht hätte ich überhaupt gar nicht raufkommen sollen. Aber zum Umkehren war es jetzt zu spät. Warte einen Moment hier, sagte sie. Ich werde mal gucken, ob sie wach ist. Ich sah ihr nach, wie sie in ihrem Zimmer verschwand und fragte mich, wieso sie in ihr Zimmer ging und nicht in Lucys. Dann schaute ich zu Ben rüber, der auf dem Sofa saß und fern guckte. Er saß ziemlich zusammengekrümmt da, was bestimmt mit seinen gebrochenen Rippen zu tun hatte. Und das linke Handgelenk war stark verbunden. Hey Ben, wie geht's? Er starrte mich an. Was glaubst du wohl? Ich sah mich um. Die Wohnung war das reinste Chaos. Leere Pizzaschachteln auf dem Boden, überall Flaschen, Dosen und dreckige Teller. Auf dem Esstisch stapelten sich Anziehsachen, auf einem Bügelbrett Zeitungen. Die Vorhänge waren geschlossen. Im Zimmer war es dämmerig. Ich drehte mich wieder zu Ben um. Magst du drüber reden? Nein. Alles klar. Dann kam Mrs. Walker aus ihrem Schlafzimmer. Sie lächelte mich vage an. Bleib aber nicht zu lange, Tom, ja? Sie ist es noch nicht gewohnt, Leute zu treffen. Sie wird sehr schnell müde. Die Vorhänge waren zugezogen. Das einzige Licht kam von dem schwachen, orangefarbenen Glühen eines Heizstrahlers. Lucy saß auf dem Bett, die Knie eng an die Brust gezogen. Sie trug einen schlabberigen alten Pullover, eine ausgeleierte Jogginghose und dicke Wollsocken. Ihr Gesicht war ganz blass, die Haut stumpf, und irgendwie machte sie den Eindruck, als ob sie in sich zusammengefallen wäre. Es war, als ob ihr ganzes Ich, ihr Körper, ihr Wesen, ihre Seele, verzweifelt versuchte, sich aus der Welt zurückzuziehen. Und selbst in dem gedämpften Licht erkannte ich den tiefen Schmerz in ihren Augen, die verblassten Blutergüsse im Gesicht. Und mehr als alles andere sah ich, dass sie das Schlimmste durchgemacht hatte, was man sich vorstellen kann. Sie war vergewaltigt worden. Hey, Tom, macht's dir etwas aus, die Tür zu schließen? Ich schloss sie. Entschuldige die Unordnung, sagte sie und schaute im Zimmer herum. Dann deutete sie auf einen Sessel neben dem Bett. Setz dich. Ich setzte mich in den Sessel und sah sie an. Ich hatte immer gemocht, wie sie aussah. Ihre unordentlichen blonden Haare, ihre schönen blauen Augen, ihren leicht schiefen Mund. Gerade das Schiefe gefiel mir. Und was mir noch gefallen hatte, wenn ich mit Lucy zusammen war, Wir hatten uns immer anschauen können, ohne uns dabei unwohl zu fühlen. Wir konnten ganz einfach zusammen sein, uns anschauen, ohne verlegen zu werden. Doch jetzt... Ich merkte, dass Lucy sich dauernd an die Haare fasste und so tat, als wollte sie ihren Pony richten. Wahrscheinlich versuchte sie aber nur, den hässlichen gelben Bluterguss um ihr rechtes Auge zu verdecken. Ich wollte ihr sagen, dass sie es meinetwegen nicht tun müsste, hatte aber Bedenken, ob es richtig war, das zu sagen. Ich meine, wenn sie ihn kaschieren wollte, wenn sie sich dadurch besser fühlte, welches Recht hatte ich dann, ihr das auszureden? Ehrlich gesagt wusste ich überhaupt nicht, was ich ihr sagen sollte. Was sagt man einem Mädchen, das vergewaltigt wurde? Was kann man da sagen? Schon gut, sagte Lucy leise. Ich meine, du weißt ja... Was macht dein Kopf? Ich meine, du weißt ja...